Was ist denn hier los? Irgendjemand gestorben? Ist was mit deiner Familie? Nein, mein Panzer. Die Herzogin hat ihn gestohlen. Aus mir wollte sie Suppe kochen. Was kann ich da tun? Hör auf zu weinen, ja? Ganz schön kaltblütig für einen Säuger. Ich könnte jetzt schon Suppe sein. Das ist tragisch, aber ich hab's eilig. Hast du das Kaninchen gesehen? Hm, Zitternase und immer ein eiliger Blick auf seine Taschenuhr? Eigenartiges Tier. Es liegt mir sehr am Herzen. Ich muss es finden. Die Raupe weiß Rat, ganz sicher. Sie weiß alles. Und wo finde ich den alten Burschen? Er hält sich versteckt, seit das Übel begann. Ich kann den Aufenthaltsort nicht verraten. Oder krieg ich was dafür? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Den Aufenthaltsort für meinen Panzer. Freiwillig gibt die Herzogin ihn nicht her. Dann eben unfreiwillig. Ich werde sie schon manieren, lehren. Du bist wirklich mutig, aber sei gewarnt. Sie spielt mit ihrer Beute. Hm, Blatt. Hm, Blatt. Tschüss. Das übrigens Alice. Da wollten die Suppe aus der alten Kuh machen. Das gibt's doch gar nicht. Wärst du jetzt auch so cool los? Ja, tatsächlich. Cool. Angst, dass ich runterglitsche. Seht ihr das, wie ich auf dem Blatt hin und her glitsche? Tukka, 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 tukka. Weg mit dir. Biest. Aua. Bin ich auch noch von unter Wasser angegriffen. Stirb, stirb. Ah, jetzt ersauf ich auch noch. Sowas. Na, jetzt. Komm, geh doch hoch da. So, und jetzt, äh, wo sind denn hier die Bomben-Dropper? Und wohin muss ich überhaupt? Ja, äh. Geh mal ne Ahnung wohin, gerade? So. Naja, lassen wir die einfach mal da. Ob ich hier richtig bin? Bin mir nicht sicher. Ach, da fährt die blöde Kuh. Und da ist kommt ein Blatt. Ah, ah, ich hätte... Was für ein Blatt hätte ich denn springen müssen? Uah. Booty. Ah. Blatt, blatt, blatt. Alter. Was ist denn hier schon wieder los? Na, jetzt. Geh doch hoch da. Und speichern. Uuuh. Das ist ja Stress. Ja. Ah. Oh. Da ist doch was zum Heilen. Glaube ich. Oh. Alter. Leck mich. Ah, gosh. Noch ein Hit und ich bin da. Wow. Na, wo steht sie denn hin? Kann nicht wahr sein. Geh weg. Hier, friss mein Messer, das nicht getroffen hat. Na, hoch. Alice. Mommi, die irre. Ja, klasse. Ich geh wieder an die altbekannte Position. Und. Ich sag euch, das Spiel ist hart. Und die Bombenpupster sind weg, oder was? Da oben fliegt noch einer. Naja. Schlimm. Alter, Vater. Ja, jetzt. Hier hoch. Und da sind hier im Wasser auch noch Fische, die einen auch noch hitten. Man kann es auch übertreiben. Ich glaube, ich muss springen. Ja, ich bin gespannt. Deswegen bin ich so ruhig. Na, ihr Bombenkacker. Penner. Wuhu, ein Herz. Wuhu, ein Blatt. Nein, zu früh. Danke. Nein, komm wieder her. Nein. Kommt hier noch mal eins vorbei? Weiß das jemand? Oh ja, da kommt tatsächlich noch eins. Dann nehmen wir mal lieber das, bevor wir wieder schwimmen. Und ich hör schon wieder Bomben fallen. Und ich seh... Wow, Alter. Krasse Blumen wachsen. Krass. Ja. Peace. Jo. Jo, und jetzt bin ich ersoffen. Warum auch immer, dass es so schnell ging auf einmal. Jo, und hier laden. Alter, ist das übel. Ich sag's euch. Na, jetzt Alice hoch, Alice hoch, Alice hoch. Alice hoch. Okay. Ich merke, das ist kein Spiel, was man mal so über ein paar Stunden spielen kann. Da bist du irre von. Nee, nicht runterfallen. Nee, nicht runterfallen. Gut. Nee, nicht runterfallen. Gut. Hubschrauber. Hubschrauber. Fail. Ja, rutscht sie wieder runter. Da kommt sie nicht rauf. Alice. 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 Jetzt kommt sie auf einmal hoch. Jetzt das Blatt weg. Alice. 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 Ich spring doch mal da drauf. Alice. Sie springt da nicht drauf. Jetzt überfährt das Blatt mich. Ja, ja. Jetzt kann ich nicht mehr auftauchen. Ja, ja. Das klappt alles ganz vermos. Jetzt springt sie auf einmal wieder hoch. Ich verstehe das nicht. Hier, Blatt. Neh mich mal mit. Und speichern. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Hui. Hui. Da kommt die Powerblume. Können wir die eigentlich bedecken? Ja, tatsächlich. Powerblume. Powerblume. Da nehm. Und tschüss. So, schnell wieder aufpauchen. Da unten. Ich seh es irgendwie so halb. Ich hab mich nervös. Alice. Auf Platz. Alice. Platz. Ja. Jetzt. Genau. Yay. Go, go. Na, na. Wo lang? Da lang. Okay. Ich wollte mich doch ärgern hier. Da kommt schon wieder Hubschrauber. Alter. Ich muss das jetzt die ganze Zeit machen. Es tut mir so leid. Ich würde eigentlich immer so ganz... ganz vorsichtig nehmen bei Quicksafen. Aber es will einfach nicht. Ne, und dementsprechend... muss ich das jetzt so machen. Hätte ich da jetzt drauf springen müssen? Ja, ich hätte da drauf springen müssen. Gut. Gut, dass ich gespeichert habe. Ja, hier. Laden. Bitte. Da ist die Muku. Muku Kröte. Muku Kröte. Ja. Und run him on. Ja. Fall wieder rein. Ja. Jetzt. Hier. So, jetzt machen wir jetzt mal diese Helikopter hier Schrott. Alte Nervensegen. Stopp. Alter. Wie ist der noch wegsplattert? Da drüben ist nichts mehr. Alles klar. Wüsste Bescheid. Und ich könnte das Speichern auch immer rausschneiden. Aber dann muss ich mir das ja alles auch nochmal angucken. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Vielleicht mache ich das auch. Vielleicht wisst ihr jetzt gar nicht, wovon ich immer rede. Da ist ein Buch. Yay. Kletter. Puh. Vielleicht mache ich das mit dem Speichern mal. Spätestens ab jetzt werde ich es mal rausschneiden. Weil das ist ja auch echt nervig. Ich würde mir das auch nicht gerne angucken. Hey, ich glaube wir haben es geschafft. Cool. Naja, ohne so gut klang das jetzt auch nicht. Versteck. Von wem? Was? Warum? Wer versteckt sich hier? Hallo? Ich habe gehört, hier versteckt sich jemand? Ich weiß nicht, wer sich hier verstecken könnte. Plup, plup. Yay. Kanoniere. Hololoi. 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 Hierbleiben. Drohung Fahndung. Ich meine natürlich Musketen Fahndung. Meins. Uaaaaaah. Alter. Er schreckt mich doch nicht so. Hol. Fahnd. Cop up. Da sieht es irgendwie so aus, als ob da was sein könnte. nicht naja man weiß ja nie hallo halt hier halt müssen stehen bleiben hey gesagt stehen bleiben kam der mega fisch und hat mich aufgefasst also gefressen kackfisch hast du dich fisch muss ich noch mal durch die epischen kämpfe hier haben sage ich habe gesagt weil ich hätte ich nicht rein springen ohne total zu sterben oder doch kackfisch beiseite und tschuldigung knüppel auf den kopf dann ist aus hier ist die was ich habe gespeichert so jetzt mal weiter hier ja schon wieder helikopter da bin ich genau na jetzt na komm ja dodgedown schwimmen die jetzt eigentlich oder schwimmen die nicht so richtig da neben muss ich da jetzt mit dem blatt fahren oder muss ich da jetzt nein nein geh weg nein kackfisch kackfisch